Da sind wir auch zurück, kurz vor dem Massagesalon mit unserem etwas tramponierten Wagen. Komm, den lassen wir besser stehen, bevor Jackie uns noch damit zieht. Denkt ihr noch, der könnte sich gar keinen schönen Wagen leisten? Nee, nee, nee. Wir will Jackie in den Massagesauna treffen. Ähm, wollen wir das? Ja, wollen wir. Aschloch. Ich dachte, wir beten Frauen. Holy fucking shit. Oh, Jackie. The dream finally comes true. No shit. Hey, wait. Don't think I don't appreciate it. I know it wouldn't have been possible without you. No problem, Jackie. Man, you want to get a massage before we go? My treat? Come on, man. Best way to celebrate. You won't believe what these girls could do. Then he said the impact of my time. So what did you do? Ah ja, gucken wir was aus. So, viel Spaß, mein Guter. Aber dass Jack hier nicht sauer ist, dass wir zum RedPol werden. Er ist auch schon länger dabei. Okay. 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 Oh, muss ich so ein Ding zum Bitten? Das ist schon süß, der Kleine. Ja, 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 ich feier weiter. Meine Güte steht halt früher auf. So, steck rein. Jackie? Hallo? Oh, der Kapuzenpulli von dem. Das ist hübsch. Den hätte ich auch gern. Gleich in Schwarz. Ich weiß nicht, ich trag nicht so gerne Weiß oder Grau. Höchstens zu Hause so als Rumlunger Zeug. Aber dafür wär der wahrscheinlich zu schade. Naja, ich hab grad auch einen grauen Pullover an zum Rumlungern. Wo wir schon mal dabei sind. Ist hier der Kerl, der Drogen an Kids verkauft. Sowas tut man nicht, mein Freund. In der Galerie nach Yang suchen. Jung-Yang, Jung-Mei, was auch immer. Jackie? Komm! Bei Fuß! Oh Gott, ich hab die Steuerung schon wieder vergessen. Ist etwas her... Ah, okay. Ah, dein Messer verdammte Scheiße. Unfair hier. Ah, da sieht man, dass die Jungs... ... nichts drauf haben. Wenn das schon mal ein Messer hier erscheint. Nein! Lass mich schon ruhe! Lass mich schon ruhe! Weg! Alter, ich hab ein Messer. Ich muss gewinnen. Oh Gott! Wo sind die Regeln? Weg! Ich mach Hackfleisch aus dir! Und... Bam! Oh mein Gott! Ist okay. Ey! Lass Jackie in Ruhe! Den brauch ich noch. Ach! Ach! Lass den Dicken... So! Neneene! Na, offenbar schon! Alter! Komm, greff an! Alter! So! Na, greff an! Heißt, ich hab nichts gemacht, oder? Ich mach's nie wieder! Was denn jetzt? Alter! Oh, Jackie! Oh, Jackie! Jackie! Let's go! Jackie! Let's go! Come on! Let's move! You okay? I don't know, man! I never... Shit, wait! I've never done that before! I know. I know. Was it... I don't know, my... My hands are shaking, man! Look! Take a breath, Jackie! Breathe, man! Did you see the look in the guy's eyes? I didn't expect it to be like that! I always... I always thought about how it looked. I didn't know how it made me feel, you know? I can feel it in my stomach! Shit, way! What has he done in his hair? Okay? I don't want to know. Oh, I 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 want to know. I... Was ich mich frag, was er sich davon erhofft, zur Triade zu gehen. Ich mein, wenn er schon fertig ist nachdem er jemanden erschießt. Der Gemeinde- das ist Kindergarten. Hm. Naja, Jacky. Vielleicht hat er auch nichts anderes gelernt und denkt, damit kann er jetzt Großkohle machen. Vielleicht würde er damit sein Mädchen beeindrucken. Hm. Gut. Wenn man sagt, man gehört zur Triade, ist man wahrscheinlich auch direkt... Ja, nicht gefürchtet, aber man, die Leute haben dann direkt Respekt vor allem. Also zumindest in Hongkong. Ja, das ist das Recht. Ja, das ist das Recht. Der Herr schützt unsere Schmerzen mit Schmerz, Schmerz und Schmerz. Und niemand schützt mehr als ein Schmerz. Betraue deine Brüder, und du wirst ein Tausend Mal wieder sterben, langsam, in der Schmerz. Die Sonnen-Yi und die Gottes selbst werden dein Geist von deinem Körper und zerbrechen die Schmerzen mit unseren Häusern. Es gibt 32 Oates. Mit ihnen, du bist zusammengezogen. Mit ihnen, du bist du Sonnen-Yi. Du bist bereit, zu beginnen? Puh, okay. Gratulation. Würde ich jetzt mal glatt sagen. Und wir haben ein neues Häuschen, ein Hausboot. Raymond, ich hab was für dich. Komm in... einer Stunde. Hey. Ach, der. Ach, der. Das ist so, wie wir ihn aufhören. Sonny's Revenue-Stream ist großartig, und viel davon fließt die Sonne an Yee. Ich sehe, was ich kann, Raymond. Bei dem Weg, du hörst du nichts über Dauk-Eyes? Er sieht, er hat sich nicht verloren. Ich habe noch nicht gehört. Oh, bevor ich mich vergessen, Jacky Ma, wir haben ihn in. Jacky? Wenn du in deinen Bericht hast, wird er eine gute Nachfrage, und es wird nicht schwer für ihn zu sprechen. Wir brauchen ihn für uns. Nein, das macht keinen Sinn. Er ist niemand. Er ist ein Kriminein. Du bist ein Kriminein. Ich muss ein Kriminein sein, aber es scheint, dass du dich verbunden bist. Ich bin nicht verbunden bist. Ich bin einfach... Ich bin ein fucking Idiot, okay? Er ist ein Teil meiner Kriminein. Er hat mich gebracht. Er hat mich gebracht. Er ist derjenige für mich. Und jetzt bist du so hoch, dass du ihn nicht brauchst hast. Er hat seine Wunschung genommen. Also, wir bringen ihn in. Ich mache das mit Pendrum. Das kam aus Pendrum. Ich mache ihn in. Das ist nichts. Und das macht mein Job schwerer. Ich mache ihn nicht. Du hast keine Wahl. Okay? Es ist eine direkte Ordnung. Ja? Direkte Ordnung? Ja. So, Jackie mal schön rauslassen. Weiße. Dann machen die noch zum Informanten. Dann passiert dem Jungen noch was. Nein, nein, lass mal schön Jackie da raus. Ich liebste eigentlich immer in den Klamotten. Höheh. Haaa. Ah, schlecht geträumt, quartittel. Ja... Passiert ihr eben mal. Hello? Ist ok, da war doch gerade das Telefon, oder? Können wir Tron anrufen? Hm. Ich suche einen Spark, vielleicht stehe ich dir in der Nähe des Bam Bam Clubs einer Rumpen. Aber er ist doch jetzt ganz schön weit weg, oder nicht? Hm. Ach, jetzt ist... Was denn ich verstehe nix? SMS? Was? Roland? Haben wir denn keine... Jacky anrufen. Jacky anrufen. Jacky! Jacky mit einem Auto abholen. Das mache ich doch gern. So sieht eigentlich unser schönes neues Häuschen aus. Hm. Ist das Duftspel da unten? Das ist wie ein Mega-Dildo. Hm, noch eins. Geh mal auf Toilette. Hübsche Handtücher. Fertig. 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 Aha, Waschbecken. Schön Hände waschen. So. Ja, siehst wunderbar aus. Aus. Fertig. Was haben wir hier? Nichts schlafen wollen wir nicht. Können wir nicht benutzen. Äh, Klamotten wollen wir. Sollen wir uns mal wieder Klamotten wechseln? Was haben wir denn? Mh, nein. Nööö. Doktor, nee. Nöööö, nee, also... Nöööö. Schon okay so. Ahh, was ein schöner Tag. Ahh, eigentlich nicht. Okay, bevor wir jetzt zu Jackie gehen oder zu der Frau da hinten. Oder Kerl, wie auch immer. Ich mach mal ein kleines Folgenposschen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!